Willkommen zurück bei Civilization 6 und ja, ihr wisst es alle, Civilization 6, da geht es darum, eine Stadt zu gründen, aber nicht nur eine Stadt, sondern zwei, drei, vier, fünf, sechs, ein riesiges Imperium zu bauen, gigantische, mächtige Städte mit toller Kultur, wissenschaftlichen Fortschritt, Unterhaltung und Militär. Aber in dieser Challenge heute machen wir einfach gar nichts davon. Und zwar bauen wir nicht eine einzige verfluchte Stadt, sondern haben einen Siedler und dieser Siedler, den nennen wir einfach mal Hans und der wird tatsächlich uns komplett begleiten und mehr nicht. Die Civilization, die uns begleiten wird, sind die Maori. Und schon mal Disclaimer, es ist ein Stream-Mitschnitt, also stört euch nicht daran, dass hier verschiedene Build-Elemente drin sind, die sonst nicht drin sind. Aber ich dachte, ich kann euch diese Challenge nicht vorenthalten. Und weiterer Disclaimer, ich habe das Ganze einige Mal versucht, ich will nicht so tun, als wenn das einfach eine Selbstverständlichkeit wäre, denn es ist mittlerweile nicht mehr so leicht, wie es mal vor ein paar Jahren war, diese Challenge zu gewinnen. Noch kurz Werbung in eigener Sache. Twitch kommt einfach vorbei, OmniLP, da habe ich das Ganze aufgenommen und auch viele andere Challenge wie eine Stadt-Challenge oder Archipel Chaos, Crusader Kings 3 und so weiter und so fort. Und abonniert auch gerne hier den Kanal oder den zweiten Kanal, wo einfach die What's drauf kommen. Aber genug davon. Wir sehen jetzt unseren Anfang. Unser Anfang ist deswegen auch ganz gut zu überquatschen, weil er immer gleich abläuft, dieser Challenge. Ihr lauft mit eurem Siedler und eurem Einkrieger, mehr habt ihr ja nicht, über die ganze Karte und sucht vor allen Dingen einen Stadtstaat. Warum ein Stadtstaat? Ein Stadtstaat gibt euch diplomatische Gunst, wenn ihr ihn als Vasal habt. Und natürlich gibt er verschiedene andere Boni, wie zum Beispiel ein bisschen mehr Kultur, was aber in diesem Playful komplett irrelevant ist. Dann, warum die Maori? Das ist auch ganz einfach. Es ist die einzige Zivilisation, die Passivforschung und Kultur generiert und damit die einzige Nation, die ohne eine Stadt auch wirklich forschen oder eben Ausrichtungen erforschen kann. Außerdem müssen wir weiter erkunden, um unsere Nachbarn zu finden. Wir sehen, wir haben schon China entdeckt und werden gleich auch noch Lautaro entdecken. Denn das ist wichtig, um eine Übersicht zu bekommen, um hier auch wirklich einen Sieg anzustreben, der überhaupt möglich ist. Wir haben ja fünf Gegner, wir sind auf Kontinente-Karte. Nach den verschiedenen Fails und Tries, die wirklich auch teilweise sehr knapp waren, war es so, dass die Kontinente-Karte sich als Bestes erwiesen hat. Von daher nehmen wir die auf jeden Fall. Und fünf Gegner scheint so ganz gut zu sein. Mehr ist schlecht, weniger ist auch schlecht. Von daher scheint es die goldene Mitte zu sein. Außerdem erhoffen wir uns natürlich von unserem Siedler und unserem Krieger. Der Krieger wird irgendwann wahrscheinlich draufgehen, aber so viele Stammelsdörfer wie möglich. Denn jedes Stammelsdorf gibt uns Gold und irgendwelche Sondersachen. Aber am wichtigsten eigentlich nur Gold, 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 Gold. Der Rest ist uns egal. Außer natürlich ganz seltene Stadthalter-Titel und Gesandte, die wir kriegen können. Denn zwei Gesandte würden uns eben schon mal einen Stadtstab bringen. Und dieser Stadtstab wird uns eben den jeweiligen Vorteil bringen, vor allem eine diplomatische Gunst zu bekommen. Und die schlauen Füchse unter euch haben schon gesehen, wir haben schon eine diplomatische Gunst. Das heißt, wir haben einen recht guten Run hier gehabt. Wir haben zwei Gesandte bekommen. Und damit schon Molen Yodaro, wovon wir ja schon einen Gesandten automatisch bekommen haben, weil wir sie ins erste Deck haben, wie ihr kurz sehen konntet, haben wir sie schon als Vasallen und dadurch eine diplomatische Gunst. Warum ist diplomatische Gunst so wichtig? Ja, ganz einfach. Wir brauchen sie, um eben irgendwo einen diplomatischen Sieg zu erringen. Denn der einzige Sieg, der möglich ist ohne Stadt, ist der diplomatische Sieg. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und wer weiß nicht, wie der diplomatische Sieg geht, den erkläre ich natürlich sehr gerne. Ihr kriegt diplomatische Siegpunkte durch Errungenschaften im Weltkongress. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr eine Wahl abschließt und dabei richtig oder mit richtig gevotet habt, egal wie viele Punkte ihr ausgegeben habt, dann kriegt ihr einen diplomatischen Siegpunkt. Ihr könnt Weltwunder bauen, was wir natürlich in dieser Challenge nicht können. Freiheitsstatue, Mahabodi-Tempel und Botala Palace, warum auch immer, geben auf jeden Fall diplomatische Siegpunkte. Dann gibt es noch den goldenen, heiligen Gral, den verbotenen Tempel der Hilfsanforderungen. Warum ist das so der heilige Gral? Ja, weil es gibt zwei Siegpunkte dadurch, aber ihr müsst halt genug Geld haben, um sie zu fördern. Und unser Geld ist halt limitiert. Das Einzige, was wir machen können, sind strategische Ressourcenverkauf. Das war es eigentlich schon. Und eben die Hüttenfütten, die ich eben schon erwähnt habe. Und die diplomatische Gunstverkauf, was wir natürlich nicht wollen. Und die offenen Grenzenverkauf. Mehr habt ihr nicht. Es wird nicht mehr passieren. Woher kriegt ihr strategische Ressourcen? Auch da gibt es zwei Optionen. Hatusha kann eine Option sein. Jede nicht-upgradete Version gibt euch tatsächlich strategische Ressourcen. Super. Dann könnt ihr wirklich richtig viel Geld sammeln. Oder halt eure Stadtstaaten haben einfach eine strategische Ressource und geben euch die, weil ihr deren Chef seid. Und das sind die einzigen Optionen, wie ihr Gold bekommt, neben den Stammesdäufern. Und da seht ihr hoffentlich das Problem. Euer Gold ist also limitiert. Wenn ihr so 3000 kriegt in dem ganzen Spiel, dann seid ihr recht gut dabei. Wenn ihr 500, 600 kriegt, dann habt ihr schon sehr viel Pech gehabt. Könnt aber eben Glück haben, dass die Hilfsanforderungen, deswegen sind sie ja der heilige Gral, so gestrickt sind, dass ihr die einzigen seid, die rein fördern. Zweitens, die Leute alle miteinander Krieg sind und ihr jemanden fördert, mit denen die anderen Leute im Krieg sind. Dadurch kriegen die nicht negative Punkte. Dann müssen sie sich sehr viel Gold mit reinpumpen, was auch passieren kann. Oder drittens, die Leute einfach kein Geld reingeben. Das heißt, eine frühe Hilfsanforderung, wo ihr noch viel Gold habt, die anderen nicht, ist das Beste, was ihr kriegen könnt. Oder späte Hilfsanforderungen, wo kaum jemand mit reinfördert oder sogar nur ihr da seid. Dann müsst ihr nur ein Gold bezahlen und habt einfach gewonnen. Das ist ein absoluter heiliger Gral. Alles andere kann aber dazu führen, dass die KI den diplomatischen Sieg kriegt. Und dann habt ihr natürlich verloren. Eigentlich kann man auch schon sagen, wenn ihr das Gold reinpumpt und die KI dann im letzten Zug noch mehr Gold reingepumpt hat, könnt ihr restarten. Denn dann habt ihr nicht mehr genug Geld, um irgendetwas anders zu gewinnen. Und müsst wirklich jeden einzelnen Weltkongress wie ein kleiner Gott spielen, überhaupt eine Chance zu haben. Und ich kann euch sagen, je nachdem, welche Sachen ihr im Kongress kriegt, erst am Mittelalter, deswegen quatsch ich hier gerade noch drüber, dann habt ihr wirklich ein Problem, da das Richtige zu treffen. Gerade sowas wie Luxusressourcen wählen ist ein absoluter Graus. Und manche andere Dinge, die später im Spiel kommen, auch. Wir sind also jetzt endlich im Mittelalter angekommen. Ich habe fast alles erzählt, glaube ich, was wichtig ist. Außer eine Sache noch, was wir forschen, ist eigentlich bei forschen komplett egal. Ausrichtung ist es wichtig für die Gesandten, die Gouverneurestitel. Wir brauchen Armani auf dem Max-Level, um noch einen Souseren-Bonus zu bekommen. Was ganz wichtig ist, Armani gibt ja Gesandte an den Stadtstab, wo ihr sie platziert. Das ist auch der Einzelstadthalter, den wir nutzen können. Und wir wollen natürlich politische Philosophie haben, weil eine neue Regierungsform gibt uns eine diplomatische Gunst mehr. Alles andere ist komplett nutzlos. Alle politischen Karten sind komplett sinnlos für uns. Die können wir nicht nutzen. Und das Ganze dauert natürlich auch mal 100, 140 Runden, weil wir halt natürlich mit zwei Kulturen, zwei Forschungen uns begnügen müssen. Aber gehen wir jetzt mal richtig in das Spiel rein. Wir sehen den ersten Weltkongress, der ist relativ friedlich. Und zwar müssen wir eine große Persönlichkeit auswählen. Und wir müssen einmal den Handelsweg auswählen. Beim Handelsweg muss man einfach danach schauen, welche Stadtstarten sind am nächsten bei den Gegnern da ran. Ich zeige euch jetzt nicht die Überlegungen die ganze Zeit. Das würde nämlich 10 Minuten teilweise dauern. Und ihr guckt halt bei den großen Persönlichkeiten, was haben die Leute am meisten. Meist ist das Campus am Anfang, kann aber auch variieren. Und wir kriegen auch direkt die erste Hilfsanforderung sehr früh, was extrem gut ist. In der unterhundertsten Runden Hilfsanforderung ist absolut nervös machen, weil das ist eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Denn die zwei diplomatischen Punkte sind sehr wichtig. Ich habe übrigens noch eine Sache vergessen, wodurch ihr diplomatische Punkte bekommt. Und zwar durch diese ganzen Events am Ende im Weltkongress. Also die Weltausstellung und so weiter. Da gibt es ein Event, das ihr gewinnen könnt, wofür ihr zwei diplomatische Siegpunkte bekommt. Das ist das einzige, wodurch ihr gewinnen könnt. Und das ist dieses CO2-Event. Mehr könnt ihr natürlich nicht gewinnen. Exemplarisch zeige ich euch hier mal, wie man mit Quick Deals einfach die ganze Zeit seine Ressource verkauft. Das sind Pferde, konstant, die muss man frühstmöglich verkaufen. Macht immer schön Geld daraus, sodass wir halt möglichst viel Geld fürs Ende haben und eben um diese Hilfsanforderung zu gewinnen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal zwei diplomatische Siegpunkte und wir haben eine gute Chance, nochmal zwei weitere zu gewinnen. Was eine sehr gute Sache ist. Und wir haben zwei Basallen, was uns eben zwei diplomatische Grundbohrungen gibt und bald die politische Philosophie. Es sieht also momentan sehr gut aus. Ich kann euch aber sagen, das sah schon mal deutlich besser aus. Und auch da war es tatsächlich ein Fail. Denn das kommt immer darauf an, wie stark ist die KI. Manchmal kann die KI in dieser Zeit schon komplett das Spiel übernommen haben und euch komplett rauskegeln, bis sie die anderen KI auch rauskegeln. Und dann habt ihr keine Chance. Denn das Spiel hier wird nicht in 10 Runden entschieden, auch nicht in 100, auch nicht in 200, was ich sonst immer mache, sondern eher Richtung 300. Runde. Und dann ist die KI schon durchaus in der Lage, euch richtig gefährlich zu werden. Nach der 118. Runde haben wir dann politische Philosophie durch. Das bedeutet, wir können eine neue Regierungsform wählen, die uns den vorher als letzten diplomatischen Grundpunkt pro Runde gibt. Wie gesagt, die Slots füllen ich einfach nur aus Spaß aus. An sich braucht ihr überhaupt keine Karten, denn alle wirken nicht ohne Hauptstadt, außer eben sowas wie Kampfstärke gegen Barbaren, was aber im Prinzip nicht sehr viel bringt. Ansonsten seht ihr halt fleißig weiter Pferde verkaufen. Wir sind bei 1300 Gold mit 42 Gold pro Runde, was sehr schön ist. Das gibt uns einen ordentlichen Puffer, um eben auch diese Hilfsanforderung zu gewinnen, die jetzt gleich ausläuft. Immer in der letzten Runde schnell das Gold rüber senden. Diesmal kriege ich Junge das ganze Geschenk. 200 Gold, weil sonst keiner etwas hineingetan hat, was natürlich absolut gegöttlich ist. Genau sowas brauchen wir, um diese Challenge zu gewinnen. Das müsst ihr auf jeden Fall immer im Auge behalten und nicht vergessen, so wie ich es auf jeden Fall getan habe. Und dann könnt ihr auch zwei lockere Siegpunkte abgreifen. Der nächste Kongress bietet uns tatsächlich auch sehr angenehme Auswahlmöglichkeiten. Wieder den Handelsweg, wo wir das gleiche nehmen wie vorher. Ihr könnt auch immer, nicht immer, sondern manchmal sehen, was die verschiedenen KIs auch wählen würden. Wonach das genau gesteuert ist, keine Ahnung. Das da oben ist allerdings ein bisschen blöd. Dieses Handelswege geben, vier Gold und so weiter, ist immer etwas schwierig. Ihr müsst immer gucken, wer ist mit wem befreundet, wie genau befreundet, wer mag wen und wen würden die dann wählen. Ist eine der blöderen Anforderungen. Ist aber machbar, in meinen Augen, weil ihr könnt sozusagen zwei wählen. Ja, ich will das. Dann musst du einfach nur genug diplomatische Gunst rein sinken. Was du aber eigentlich nicht machen willst, weil diplomatische Gunst brauchst vor allem für den letzten Push, sag ich mal, wo ihr Diplomatisendenpunkte auch über den Kongress direkt abgreifen könnt. Deswegen wollt ihr so wenig wie möglich ausgeben. Ich wähle jetzt hier Junge und haue da ein bisschen rein, um eben die Hoffnung zu haben, dass das so funktioniert. Und das Ergebnis ist... Na? Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Junge und eben auch wieder den gleichen Stadtstaat. Und damit sind wir schon bei sieben Siegpunkten, denn wir haben wieder zwei erhalten. Das Ganze geht jetzt Schlag auf Schlag. Deswegen sind wir beim neuen Kongress. Wir haben auch eine neue Hilfsanforderung für Lautaro und schauen uns jetzt mal an, was haben wir denn jetzt angeboten bekommen. Die Produktion von Militäreinheiten ist relativ einfach. Meistens ist es so, dass man einfach Produktion minus 50% nimmt, ein, zwei Haken reingibt und dann ist gut. Oder Däumchen oder diplomatische Gunst, wie auch immer. Und verdiene doppelte große Persönlichkeitspunkte. Verdiene keine. Ist immer so eine Sache. Schriftsteller ist oft so, dass sie es nicht wollen, weil gerade jemand im Schriftsteller abgegangen ist. Ich glaube, Jonge. Und ja, da habe ich leider aber nicht so. Es ist ein ausgeglichener Punkt gewesen, aber es wurde tatsächlich wieder große Wissenschaftler gewählt. Ich weiß auch nicht genau, was mich da geritten hatte, dass ich der große Schriftsteller gewählt habe, statt große Wissenschaftler, was beim ersten Mal auch schon funktioniert hat. Naja, das heißt aber, wir sind jetzt bei 10 Siegpunkten und nicht bei 11 Siegpunkten. Wenn ihr nochmal Hans, unseren Siedler, sehen wollt, der steht schön hinten bei den Mongolen. Ist es tatsächlich, war gar nicht China. China ist ja Jonge. Chinese ist es nicht, sondern der Kublai Khan von den Mongolen. Da steht der Romenkrieger, schwimmt weiter rum, wird wahrscheinlich irgendwann sterben, erfahrungsgemäß. Und wir sitzen hier zwischen Rom und eben dem Mongolen, einfach um sicher zu halten. Wir haben Lautaro tatsächlich wieder gewählt mit 1200 Gold, die wir da reinschiffen mussten. Ist ein extrem guter Start. Wir sind jetzt in der 107. Runde aber auch, müsst ihr dran denken. Das heißt, jetzt kommt es langsam in Siegterritorium, auch von der KI, wenn es eine starke KI ist. Und gerade bei Jonge seht ihr, der geht verdammt gut ab, was eben gefährlich sein kann. Denn eine KI muss gewinnen, es müssen ja nicht 10 KIs gewinnen oder sonst was. Das reicht, um das Spiel schon wieder zu ruinieren und diese hunderten Züge wieder zu wiederholen. Unser Hans wird sich einfach im weiteren Gebiet stellen, um sicher zu sein vor Barbaren oder sonst irgendwelchen Quatsch. Und dann geht es auch schon wieder zum nächsten Kongress. Der nächste Kongress bietet uns zwei Möglichkeiten. Eines ist recht einfach, Produktion für Gebäude im Bezirk, immer Stadtzentrum nehmen und vielleicht eins draufhauen im Notfall. Aber oben ist es etwas schwieriger. Ich gehe da auf, eine Person will keinen Kulturschock durch den Distrikt haben. Und dann nehmen wir den, der meist gehasst ist, das ist Kublai Khan, und sagen, ja, der kriegt das nicht und geben ein, zwei Punkte hinein. Und dann gucke ich jetzt nach den diplomatischen Siegpunkten. Befürchtig, jetzt kommt der letzte Punkt für diese Challenge, wenn wir nachspielen wollen. Sobald ihr 16 Siegpunkte habt, werden euch die KIs immer alle Siegpunkte abziehen. Ich mache jetzt folgenden Trick, der ist recht lustig. Ich gebe jetzt Julius Caesar diese zwei Siegpunkte, weil der halt 229 diplomatische Gunstern hat, also am meisten hat, und gebe einen Daumen rein, sodass wir das auf jeden Fall gewinnen. Ich einen Siegpunkt kriege und er zwei. Da er nicht viele Siegpunkte hat, ist mir relativ egal, was da passiert. Und dadurch, seht ihr ja, gewinnen wir alle drei Punkte, kriegen also insgesamt drei Siegpunkte und sind damit auf 15, die noch recht lecker sicher sind. 15 Siegpunkten, die uns eben eine Sicherheit geben. Und ab 16, wie gesagt, wirkt es schwierig. Der ganze Push geht aber auch noch langsam voran. Wissenschaftlich sind Nadasha und Yongle tatsächlich schon gut dabei und werden natürlich auch Druck ausüben. Mal sehen, ob das funktioniert. Außerdem könnt ihr sehen, dass wir bei den Gouverneurs-Titeln durch sind. Armani hat den letzten Titel erreicht. Damit verdoppeln wir einmal die gesamten Zahlen einem Stadtstaat. Wir haben aber tatsächlich einen verloren. Wenn ihr nämlich schlau seid und umgeguckt habt, seht ihr nur noch zwei diplomatische Gunst, was das Ganze etwas schwerer macht. Wollin gehört uns noch. Allerdings haben wir Nan Madol oder Mohen Yudaro. Ich weiß nicht mehr, welch von beiden tatsächlich verloren. Und das ist natürlich ein Problem. Ganz nett ist, dass Yongle im Krieg ist mit Lautaro und weiß ich nicht wen noch. Das führt natürlich dazu, dass Lautaro ein bisschen langsamer wird. Aber Lautaro ist beim Kulturspiel recht vorne. Aber Kultur ist noch recht angenehm. Eher wissenschaftlich wird Nadasha und eben Yongle weiterhin das Problem darstellen. Auch wenn man erstmal vielleicht nicht denkt, dass Nadasha, der sich oben links in der Leiste befindet, der nur 227 Forschung hat, da jetzt krass abgeht, aber tatsächlich wird er, da er einen einzelnen kleinen Kontinent für sich beanspruchen konnte, ein größeres Problem darstellen. Kurz vor dem nächsten Kongress, und wir sind schon in der 234. Runde, seht ihr, dass Yongle ein bisschen wissenschaftlich angefangen hat. Das ist aber alles noch relativ zahm. Da gab es wesentlich schlimmer Runden. Da war 234. Runde schon K.O. Von daher ist es ganz okay. Wir kriegen schon wieder das Plus-Vier-Gedöns. Das ist relativ einfach. Und Beförderungsstärke, oder Beförderungsklasse kriegt 5 Kampfstärken. Das ist relativ einfach. Eigentlich immer Nahkampf nehmen. Und ja, beim Handelsweg müssen wir wieder gut überlegen, was wir da nehmen. Wir nehmen wieder Yongle und hoffen, dass es so wie letztens schon mal funktioniert. Das Spannendste ergibt sich ja immer bei den zwei diplomatischen Siegpunkten. Ihr könnt jetzt sagen, hey, Koupe, du kriegst jetzt einen weniger, weil wir jetzt halt bei diesen 15 sind. Und dadurch kriegt ihr tatsächlich, weil alle jetzt sagen, hey, du kriegst zwei diplomatische Siegpunkte weniger, dann kriegst du trotzdem einen Siegpunkt dazu. Das heißt, du hast im Endeffekt nur einen diplomatischen Siegpunkt verloren. Ein ganz wichtiger Trick, den ihr unbedingt mitnehmen sollt. Wir sind jetzt noch immer bei 15, weil wir eben zwei verloren haben, einen dazugewonnen haben und nochmal eine Entscheidung gewonnen haben. Leider nicht beide Entscheidungen. Das war halt so, weil Yongle nicht die Handelsroutenkapazitätsgedöns bekommen hat. Ihr merkt also, jetzt kommen wir langsam vor so einer fiesen Wand. Denn was machen wir jetzt? Wir kriegen die ganze Zeit dieses Siegpunkt abgezogen. Wir müssen jetzt auf Hilfsanforderungen hoffen, die gerade tatsächlich gekommen sind, auf Lautaro wieder. Und das Gute ist, sie sind relativ viel im Krieg miteinander, wo wir noch eine Chance haben, in unseren 2000 also zu glänzen. Und wir müssen auf dieses CO2-Event hoffen, um einen letzten Push auf diese zwei Siegpunkte zu bekommen. Und wir müssen dann zusätzlich noch einen sehr sauberen Weltkongress spielen, weil wir ja trotzdem zwei Siegpunkte abgenommen bekommen. Oder wir hoffen, dass wir so viel diplomatische Gunst irgendwo anhäufen, dass wir uns zwei Siegpunkte geben können. Was aber eher ein Traum ist, weil wir nur zwei pro Runde haben, nicht zwölf Runde. In der 250. Runde seht ihr, dass Yongle und Alashar langsam den zweiten Schritt der Fissensschaft durchgezogen haben und auch Richtung Sieg tatsächlich gehen. Unser Hans steht noch immer glücklich bei seinem Kubler-Kahn, aber wir müssen langsam Gas geben. Das Ganze wird wahrscheinlich haarscharf werden und kann auch immer in einem absoluten Fail enden. Obwohl Kubler-Kahn unserem Hans Zuflucht gewährt, klaute er uns trotzdem irgendwie die Hilfsanforderung. Es kommt zu noch einer Hilfsanforderung bei Nadashar. Dann kommt es dazu, dass es auch einen religiösen Notfall gibt. Und ich denke dann, oh cool, da haben ja gar nicht alle zugestimmt. Nee, das stimmt leider nicht. Ihr seht oben die Daumen. Alle wollten ihnen tatsächlich helfen. Deswegen ist das nicht so cool, wie ich es jetzt darstelle und mich richtig freue. Ja, cool. Das wird eine Chance. Oh, nö. Das heißt, wir müssen natürlich wieder gegen alle im Wettbewerb antreten. Das ist natürlich sehr schlecht für uns, weil unsere 2.000, die wir haben, sind eigentlich alles, was wir jemals bekommen werden. Mehr gibt es nicht mehr. Es gibt keine Geldquelle mehr, die wir erschöpfen können. Um die 264. Runde kommt es dann zum nächsten Kongress und wir haben ein Problem. Duplikate von Luxusgut ist so gut wie nicht zu erkennen. Das könnt ihr eigentlich kaum erraten, was da genau gewählt wird. Das ist sehr schwer auch zu erahnen. Macht sehr viel Arbeit. Leider geht es nicht anders, dass wir uns wieder die Punkte abnehmen. Wir bekommen Weltspiele, bringt uns auch gar nichts und müssen einfach hoffen, dass wir bei den Luxusgutern in irgendeiner Form raten. Ich will da irgendwo rumschauen, aber es ist wirklich einfach nur extrem schwer. Ich habe auch die Karte nicht so weit aufgedeckt, dass ich jetzt da ein absolutes Urteil fällen könnte, selbst wenn ich die Lust dazu gehabt hätte, halt zu suchen und zu suchen, wie viel denn wirklich noch vorhanden ist. Deswegen gibt es da eigentlich so gut wie keine Möglichkeit, dass ich das bekomme. Ich erspere euch also die verzweifelte Suche danach, wo denn jetzt genau welche Luxusguterte, wie auch immer, angewählt werden kann und hoffe, dass ich wenigstens beim Migrationsabkommen recht habe, denn auch das ist nicht immer so einfach. Geht mal davon aus, dass Julius Selser ziemlich nicht gemocht wird und die Loyalität darunter gesetzt wird. Das ist tatsächlich auch so und leider ist es so, dass beim Diplomatie-Sieg Julius Selser sich komplett reingewatzt hat und wir deswegen nicht mal unseren einen traurigen Siegpunkt bekommen haben. Aber, gute ist, wir haben natürlich auch keinen verloren. Damit sind wir jetzt bei 16 von 20 Siegpunkten und schon irgendwo auf der Siegestrecke, was tatsächlich gar nicht so schlecht ist, denn die Zeit mit 266 wird auch knapp. Ihr seht, die zweiten Stufen sind beendet und die dritten Stufen wurden auch von Nadashar und die Honge schon im Wissenschafts-Sieg angefangen. Die Welt scheint ziemlich unterzugehen, deswegen kommt auch noch eine Hilfsanforderung. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was mit Lotharos Hilfsanforderungen passiert ist. Ich glaube einfach, dass wir sie nicht bestanden haben, weil eben der Kublai Khan da so viel mit reingeballert hat. Ihr seht aber, bei dieser Hilfsanforderung hätten wir theoretisch wieder eine Chance. Wir sind zwei Personen, die tatsächlich mitgehen, Kublai Khan und eben ich. Ich habe in den 2000 auch, seht ihr, oben gespart, von daher kann ich auch Lotharos Hilfsanforderungen gar nicht gewonnen haben. Das heißt, wir haben jetzt zwei Hilfsanforderungen, die wir theoretisch auch gewinnen könnten. Das würde uns natürlich auch wieder den Vorteil geben, dass wir eben tatsächlich unseren, ja, zwei Siegpunkten dann dazu bekommen und unseren Sieg immer näher kommen. Das heißt, wir haben jetzt einen, ich habe jetzt einfach mal ein Gold schon mal provisorisch, um zu sehen, dass wir wenigstens einen Punkt dann mehr haben. Ihr seht, damit gewinnen wir jetzt tatsächlich gerade die Hilfsanforderungen. Ist aber natürlich so, dass es noch sehr viele Runden gibt. Alle anderen Wettkämpfe und so weiter können wir komplett ignorieren. Das heißt, wir sind jetzt einfach darauf angewiesen, den nächsten Kongressricht zu machen und vielleicht diese Hilfsanforderungen oder die CO2-Projekte zu bekommen, so dass wir tatsächlich über die Sieglinie noch kommen, bevor uns die KI vernichten kann. Und damit auch willkommen mit einem Informationszeitalter, wo wir tatsächlich ein goldenes Zeitalter bekommen haben. Fragt mich nicht, warum. Aber wahrscheinlich, weil das Spiel merkt, wir sind jetzt auf einer Zielgerade. Die müssen wir gewinnen. Und dann schauen wir uns direkt mal an, was denn der nächste Kongress sagt. Wir werden weiterhin die Strategie verfolgen, uns selber die Siegpunkte abzunehmen. Gucken und hoffen, dass nicht wieder Julius Caesar gewinnt tatsächlich. Und ja, verdoppelte Tourismus- und Joker-Politik-Bats. Joker-Politik-Bats ist relativ einfach. Ihr schaut einfach an, was haben die für eine Regierungsform, nehmt die, was am meisten vertreten ist und haut da die Punkte hinein. Das sollte eigentlich immer ein No-Brainer sein und sollte immer möglich sein, geschafft zu werden. Beim Tourismus ist es so eine Sache. Es ist oft das Schriftstück, aber man kann natürlich auch Pech haben, dann kommt Skulptur oder sonst irgendwas. Ich würde aber im Zweifel immer mit dem Schriftstück gehen, denn das sollte eigentlich am einfachsten sein. Gesagt, getan, Schrift eingeloggt und einen Daumen nochmal hochgegeben, also ein bisschen diplomatische Gunst eingegeben, damit wir auch eine wirkliche Chance haben, dass es gewählt wird. Klima-Abkommen. Heißt, wenn wir noch 30 Runden überleben, haben wir eigentlich gewonnen, wenn wir hier jetzt noch zwei Siegpunkte bekommen, denn dann können wir tatsächlich das Spiel beenden. Aber natürlich könnte das trotzdem eine sehr knappe Geschichte sein. Ihr seht, wir haben Schrift, Digitale Demokratie und Kupo verliert einen Punkt. Also zwei eigentlich, aber nur einen netto. Das heißt, wir haben jetzt 18 Punkte, aber ihr seht, Nader Shah ist auf dem Weg in den Weltall, ins Weltall. Das heißt, er hat die letzte Stufe erreicht, braucht noch 40 Runden, um eben diese Geschichte zu beenden. Und das müssen wir jetzt schnell schnappen. Wenn er jetzt auch noch irgendwelche Projekte kriegt, das ganze Boosten wird dann natürlich auch schneller als 40 Runden sein. Ich bin hier ziemlich beeindruckt davon, dass Nader Shah eigentlich relativ unscheinbar sich vor Jongel sogar noch geballert hat, sodass er deutlich weiter ist mit dem Wissenschaftssieg, was ich schon ziemlich beeindruckend fand. Ich hoffe, es ist klar, aber ich erkläre es trotzdem noch mal das Klimaankommen, gewinnen wir natürlich, weil wir halt keine Städte haben und deswegen kein CO2 produzieren. Das heißt, wenn wir das gewinnen, haben wir das Spiel auch gewonnen oder eben die Hilfsanforderungen, wobei Kubla Khan, wie ihr gerade gesehen habt, da 600 Gold schon reingeballert hat. Wir können nur diese 2137 reinpushen, mehr geht nicht. Aber wenn wir Glück haben, können wir jetzt in der nächsten Runde, wenn ich jetzt alles Gold hier reinsetze, ich mache einfach alles rein, weil wofür brauche ich das Gold noch, dann können wir tatsächlich gewinnen. Es bleibt abzuwarten, ob das klappt oder nicht. Wir schauen uns an, was die nächste Runde bringt. Und tatsächlich gewinnen wir die Hilfsanforderungen. Nur wird ein schleuner Person unter euch aufgefallen sein, dass ich tatsächlich erst 19 von 20 Siegpunkten habe und mich leider verrechnet habe. Das heißt, das Zitterpartie geht weiter. Ihr seht wie da, Nader Shah, den Sieg kommt. Wir haben noch 6 Runden fürs Klimaabkommen, um den letzten Siegpunkt zu bekommen. Und jetzt zur Zukunft kommt es dazu, dass das Klimaabkommen abgeschlossen ist und wir tatsächlich gewinnen. Ich habe zuerst gedacht, weil die Runde so lange gedauert hat, ich habe rausgeschnitten, dass Nader Shah noch irgendwie gewonnen hat. Aber nein, wir haben es geschafft. Wir haben den Diplomatie-Sieg gewonnen, also den Sieg geschafft, ohne eine einzige Stadt zu bauen, ohne Einheiten zu bauen, nur mit ein bisschen Erkundung und ein bisschen schlauer Planung mit dem Diplomatie-Sieg. Wenn es euch gefallen hat, kommt gerne bei Twitch vorbei, da spiele ich Civ oder andere Strategiespiele. Lasst ein Follow da oder abonniert hier, schreibt einen Kommentar, wie es dir gefallen hat und ein Like da lassen. Ihr wisst das ganze Programm. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.